Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder was mit Resin. Das war jetzt zwar immer ein bisschen viel, was ich euch da hochgeladen habe. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Diesmal mache ich es mit Alkohol-Ingfarm und so ein bisschen Glitzer. Und weil ich was ausprobieren wollte, so ein Stück weit. Und dadurch habe ich eben heute wieder das Video mit Epoxid-Tarts. Ich habe auch diesmal mein Lieblings-Epoxid-Tarts. Also ich nehme mir immer von Resin vor Dekor. Und hatte jetzt immer eins, was wohl schneller aushärten soll. Und ich bin nicht ganz so glücklich damit. Es ist unglaublich bläschenanfällig. Es lässt sich ganz, ganz, ganz schwer anmischen. Und deswegen, ich habe wieder mein normales, was zwar 24 Stunden aushärtet. Aber ich fände es jetzt trotzdem nicht schlimm. Also 24 Stunden ist okay. Weil so richtig viel schneller fand ich es jetzt mit dem anderen auch nicht. Weil auch nach 4 Stunden, so wie es ja da stand, hätte ich es jetzt nicht informen wollen. Und dementsprechend ist immer Ansichtssache. Jeder, wie er mag. Ich mag das tatsächlich am liebsten. Das ist mit so einer Optimum-Viskosität. Also das heißt, es ist relativ flüssig. Was ich persönlich aber sehr, sehr schön finde. Ich finde es auch sehr klar, sehr angenehm zum Verarbeiten. Nicht so bläschenanfällig. Logischerweise, wer da jetzt wie so ein Raudi durch das Resin rührt, ist logisch. Sollte dementsprechend dann aufpassen. Und dann sind halt mehr Bläschen drin. Ja, ansonsten Epoxidat, ich habe ja schon relativ viel. Ich habe es diesmal nicht schneller gemacht. Aber deswegen sind es jetzt auch 16 Minuten. Weil ich euch ja noch die Ergebnisse dazu zeigen wollte. Aber ich wollte euch zumindest auch zeigen vom Rühren her. Ich mache es wirklich sehr, sehr langsam. Es ist jetzt aber auch keine extrem große Menge. Ich finde das Epoxidat selber auch sehr angenehm. Weil es wirklich wenig Eigengeruch hat. Also wenn man jetzt sagt, es ist geruchslos, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber und laut den Tests ist es auch nicht so gesundheitsschädlich wie jetzt zum Beispiel andere Harze von anderen Anbietern. Ja, mir hat letztens unter dem Video geschrieben, ich soll doch bitte eine Maske tragen. Mache ich auch. Ist jetzt nicht das Thema, gerade wenn ich größere Sachen mache oder ähnliches. Dann macht das auf jeden Fall Sinn. Jedoch mache ich zum Beispiel auch, erstens ist es ein eigener Raum, wo ich halt eben das drinnen mache. Das heißt, das ist nicht da, wo ich schlafe oder ähnliches. Und da wurde ich halt drauf hingewiesen. Habe auch darauf geantwortet, logischerweise. Und ich habe auch immer, deswegen vertone ich ja auch schon seit Längerem, mein Fenster offen. Für mich ist das erstens immer relativ wichtig. Gerade wenn ich mich konzentriere, wird mir schnell warm. Aber eben auch beim Epoxidat mache ich halt in der Regel immer das Fenster auf. Egal wie warm oder kalt. Mal habe ich mehr an, mal weniger dadurch. Weil wenn es kalt ist, dann macht es auch keinen Spaß. Und genau. Also dementsprechend schaut, dass ihr euch über die jeweiligen Epoxidharz, also Harz und Hertha, das sind ja zwei Komponenten, da entsteht natürlich eine chemische Reaktion. Macht euch da kundig unbedingt, was das Harz, was ihr verwenden wollt, für Gesundheitsvorschriften hat, damit euch das, für euch da keine Schädigungen gibt. Und Handschuhe gehe ich davon aus, sollten selbstverständlich sein. Ich habe sie immer an. Und wenn ihr, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so richtig zu sehen war, wenn man zuerst die ganzen Sachen abwiegt, zum Beispiel Harz und Hertha, dann sieht das immer noch sehr transparent aus. In dem Moment, wenn ich es aber anfange zu verrühren, wird es milchig. Und als Hinweis, wenn ihr merkt, es ist jetzt wieder klar, dann habt ihr genau richtig gerührt und ihr könnt dann loslegen mit dem Ganzen. Ich versuche es immer so ein bisschen gegen das Licht zu halten, um zu schauen, ob da vielleicht noch so leichte Schlieren zu sehen sind. Ich habe immer so ein bisschen so einen zeitlichen Faktor von vier bis fünf Minuten, wo ich eigentlich ganz gut bin. Vergesst die Ränder nicht beim Rühren und auch den Boden, weil gerade wenn dort eben noch Reste sind und ihr das dann in eure Silikonform füllt und das eben nicht richtig verrührt war, dann kann es sein, dass das nicht richtig aushärtet. Und dementsprechend, ja, aber ich glaube, jeder macht so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen, wie er am besten von der Taktik her das Ganze macht. Und genau, ich habe mir jetzt hier zwei, beziehungsweise es werden dann drei Silikonformen genommen, weil ich irgendwie dann doch mehr hatte, als ich gedacht habe. Und habe gedacht, okay, dann machen wir halt drei Varianten. Gehe also gleich noch eine Silikonform holen und habe mit denen Silikonformen, ich habe die aus dem Etsy-Shop von Marmelade Science. Ich finde sie relativ flach, ich gieße gerne ein bisschen tiefer, aber ich glaube auch das ist Geschmackssache, ansonsten sind die wirklich ganz gut. Und dadurch ist es dann glaube ich auch okay, wie gesagt, wer so ein bisschen tiefer, der sollte sich andere suchen und nochmal schauen, ob es da noch andere gibt. Ich weiß gar nicht, ob Marmelade Science jetzt noch welche hat, die tiefer sind, also die oder die höher sind in dem Gießverhalten. Und ja, das solltet ihr übrigens auch beim Epoxidat. Jedes Epoxidat hat eine unterschiedliche Gießhöhe, wie hoch man gießen kann, ohne dass das Ganze anfängt zu kochen. Für mich ist das auch noch ein bisschen ausprobieren. Ich bin da noch so, also gerade was alles, was höher, tiefer gießen ist, ist für mich relativ schwierig noch. Obwohl ich es jetzt schon lange mache, aber da ich es eben auch nicht hauptberuflich mache, mache ich es auch nicht täglich. Ich mache es maximal am Wochenende oder wenn ich mal Urlaub habe, aber gut, ist jetzt nicht so das Gravierende. Und ja, ich habe mir die versucht, so ein bisschen in den Nutzer zu schieben. Ich glaube, ich brauche irgendwie eine andere Unterlage, zumindest beim Epoxidat. Ich hatte ja eine Zeit lang immer so ein Zeber drunter gemacht, weil es sich damit besser schieben lässt. Aber irgendwie habe ich gerade so ein bisschen meine Taktik verloren. Ja, ansonsten, ihr seht schon, ich habe mich diesmal auf drei Farben beim Alkohol-Ink konzentriert. Ich habe ein Gelb, ein Orange und ein Grün. Und das Weiß ist ja immer mit dabei. Und ich mag die Alkohol-Ink-Farben-Ergebnisse eigentlich immer sehr gerne, weil die sowas Einzigartiges haben. Da will ich demnächst nochmal schauen, wenn ich jetzt ein bisschen höher, tiefer gieße, je nachdem wie man es sieht, möchte ich so ein bisschen nochmal schauen, wie das dann wirkt, wenn das so nach unten weiter sich, dieser Effekt dann geht. Ihr werdet sehen, wenn ich euch die Ergebnisse zeige und dann wird, glaube ich, klarer, was ich meine. Ich kriege es immer nicht ganz so schön beschrieben. Ja, ansonsten, ich habe dann Tatsache jetzt bei zwei von den Formen so ein bisschen Glitzer reingemacht, einen gelben und einen Orangen. Und wobei, so richtig sind die Farben da jetzt nicht rausgekommen. Die waren in dem Becher, in der Schachtel wesentlich besser farbig zu erkennen, als jetzt zum Beispiel jetzt dann direkt in der Form. Aber, wie gesagt, ich mag die trotzdem so ein bisschen Glitzer, ist ja manchmal gar nicht so schlecht. Dann habe ich die noch so ein bisschen nach unten gedrückt, habe so ein bisschen gerührt. Bitte auch aufpassen, wenn ihr da mit einem Stäbchen oder ähnliches, ihr könnt euch eure Silikonformen kaputt machen, wenn ihr da zu doll unten an dem Boden rumkratzt. Weil das werdet ihr dann immer sehen. Man kann es zwar irgendwie ausgleichen, aber ich glaube, man kann sich die Arbeit auch ersparen, wenn man es nicht unbedingt muss. Und genau, ansonsten habe ich die drei Farben. Mein Augenmerk lag so ein bisschen auf dem Orange, weil ich da so ein bisschen was ausprobiert habe. Und wenn ihr dann die Tropfen immer reinmacht, dann so ein bisschen, ich lasse die immer so mini-mü verlaufen. Aber, wie gesagt, da müsst ihr nochmal so ein bisschen schauen, wie ihr eure Taktik macht. Ich lasse, wie gesagt, zerlaufen und dann kommt das Weiß oben drauf. Und andere machen immer die Farbe rein und dann gleich das Weiß. Ich habe jetzt auch immer die Farben von Piñata genommen. Das war eine Empfehlung, die ich einfach damals von YouTube bekommen habe, von den ganzen, die das schon vor mir gemacht haben, wo ich mir die Videos angeschaut habe, wenn es darum ging, was gibt es so für Techniken, was kann man so Schönes machen. Und da werde ich wahrscheinlich demnächst mal schauen, ob ich Blumen aus Epoxidharz hinbekomme, also so eine Effekte daraus zaubern kann. Und ja, gucken wir mal einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ich lasse ja in der Regel sowieso die Kamera laufen. Es gibt natürlich auch Videos, wo ich denke, das war wohl nichts. Das brauche ich euch auch nicht hochladen, weil es dann einfach nicht kein Ergebnis war, wo ich jetzt sagen würde, okay, da kann man zum Beispiel auch noch was draus lernen. Sonst, ich zeige euch ja auch meine Fehler, was ich vielleicht gemacht habe, was ich vielleicht in Zukunft anders machen würde. Das bringt bei manchen Videos einfach nichts. Und das ist zwar dann schade, weil ich mir mehr erhofft hatte, aber gut, das sollte dann so sein. Übrigens, immer auf die Farbenlehre aufpassen. Mir ist aus dem, ich will jetzt nicht lügen, ich will jetzt aber nicht nochmal gucken, aus dem Gelb und dem Grün ist mir dann ein Blau geworden. Also zumindest wirkt es so ein bisschen so. Ich finde das Ergebnis trotzdem super. Hat mich aber auf den Grün gefreut. Aber ihr seht das, glaube ich, auch schon schimmernd, dass das da so ein bisschen Blau wird. Und dadurch ist das okay. Letztendlich ging es mir auch ums Orange. Wobei das Orange auch kein typisches Orange ist. Das hat schon einen leichten, wirklich mehr einen Rot-Touch, als jetzt dieses Gelb-Orange-mäßig. Aber wie gesagt, das ist okay. Ich finde das Ergebnis, ich glaube, ich hatte noch gar keine Ergebnisse von den alkoholigen Farben, wo ich jetzt sagen würde, ne, die waren doof. Also probiert euch da gerne mal aus. Ich kann euch die Farben nur empfehlen, weil die wirklich für mich immer tolle Ergebnisse machen. Ja, ansonsten, während ich jetzt hier auch noch tropfe und mache, ich habe meinen YouTube-Kanal jetzt schon relativ lange. Hochladen tue ich, glaube ich, seit 2017. Oder sogar erst seit 2018. Ich weiß das gar nicht genau. Habe also mit Musik angefangen, was ich hochgeladen habe, weil ich immer bei Bands gewesen bin, wo ich sie mitgefilmt habe. Und dadurch habe ich dann irgendwann, als dann Corona ankam, habe ich dann mit dem Basteln angefangen. Und seitdem nehme ich euch ja mit meinen Videos auch mit. Ich versuchte eigentlich unheimlich viel, euch da einfach auch an unterschiedlichen Techniken zu zeigen und einfach zu zeigen, wie gehe ich ran, ohne jetzt irgendwie groß irgendwo zu recherchieren, wenn ich zum Beispiel Sets habe, DIY-Sets, dass ich dann halt eben schaue, sind diese Sets wirklich gut und sind die auch ohne große Erklärung möglich? Und das mache ich halt im Moment immer und ich lade euch die Videos ja immer sonntags hoch. Sonntags um 12 kommt immer das Bastel-Video, also heute zum Beispiel eben. und dann eben um 16 Uhr auf den Sonntag kommt dann in der Regel das Musik-Video. Es gibt auch Ausnahmen bei den Musik-Videos, nämlich dann, wenn ich zum Beispiel am Abend davor oder noch davor weg gewesen bin und zum Beispiel das große Video noch hoch lädt, dann warte ich noch und lade euch kein einzelnes Video, also kein einzelnes Lied hoch, sondern ich nehme dann den kompletten Auftritt und lade den hoch. Mache ich in der Regel immer erst den kompletten Auftritt und dann jeweils wöchentlich eben dann ein einzelnes Lied. Dadurch habe ich immer relativ viel Puffer, also ich habe so viele Lieder auf Reserve, dass ich halt so, so lange mit auskomme. Und ja, jetzt gerade beim Ich versuche da noch so ein bisschen die Farben zu vermischen, würde ich es jetzt gar nicht mal sagen, sondern einfach so ein Muster irgendwo reinzubekommen, damit da vielleicht ein besonderer Effekt entsteht. Und auch da gibt es ganz unterschiedliche Techniken. Es gibt eben welche, die machen zum Beispiel das Ganze mit Spiralen, dass die dann so immer rumgehen und oder andere ziehen, so wie ich eben immer nach außen oder nach innen, je nachdem, wie es für den einen oder anderen besser passt. Und es gibt so tolle Möglichkeiten, also dadurch. Ich habe auch schon einige Videos hochgeladen, schaut euch da gerne mal auf meinem Kanal ein bisschen um. Ich, wie gesagt, ja, ich wiederhole mich. Ich liebe es. Ja, und dann muss das Ganze jetzt dann 24 Stunden aushärten. Bei mir dauert es meistens entweder ein bisschen länger oder ich bin zu ungeduldig und mache es schneller. Aber in der Regel dauert es bei mir ein bisschen länger, dass ich sie rausnehme, einfach weil die Zeit bei mir einfach fehlt. Und jetzt seht ihr gleich noch die Ergebnisse. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, weil das Licht ein bisschen dunkler war. Ja, das habe ich tatsächlich nämlich abends dann rausgenommen und wusste nicht so richtig, wie kriege ich jetzt mein Licht wieder her. Weil irgendwie passt doch das Licht alles nicht. Das sah irgendwie alles nicht so schön aus. Aber ich hoffe, es ist trotzdem zu erkennen. Ansonsten mache ich gleich noch mal Fotos von. Die hänge ich noch mal mit hinten dran. Und dann könnt ihr da auch noch mal schauen und könnt euch da so ein Bild von machen, wie das Ganze dann aussieht. Während ich jetzt noch die ganzen Sachen raushole, möchte ich mich schon verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mein Video schaut. Vielleicht hinterlasst ihr auch ein Abo oder ein Däumchen nach oben oder auch einen schönen Kommentar oder auch was wollt ihr gerne sehen. Und dann freue ich mich tatsächlich drauf. Und ja, dann bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020